hallo liebe zuschauer der frieden des herrn sei wie immer mit euch allen schalom ja wir haben den 11 juni 2024 ich habe vorhin watchmoment 65 mal wieder geschaut und ich bekomme ja immer sehr viele nachrichten von ihr was ich dann hier auf deutsch bringen darf und sie hatte eine eingebung und zwar ein vers der bibel und zwar jesaja 26 20 und das finde ich höchst interessant schauen wir mal was da steht so geh nun mein volk in deine kammern und schließe die tür hinter dir zu verbirgt dich einen kleinen augenblick bis der zorn vorübergegangen ist denn siehe der herr wird von seinem ort ausgehen um die bosheit der erdenbewohner an ihnen heim zu suchen und die erde wird das auf ihr vergossene blut offenbaren und die auf ihr erschlagenen nicht länger verbergt ein ganz klar endzeitvers und damit kommen wir dann mal zu diesen endzeit nachrichten da haben wir wieder einiges auf one news 24 7 und zwar die spannungen steigen weiter zwischen nato und russland oder auch den briggs staaten wird zu einem großen showdown kommen wir lesen das ja in der bibel dass wir von kriegen und kriegsgerüchten hören werden und das sehen wir gerade so hier jetzt lustig weiter in anführungsstrichen und zwar ukrainische f16 werden von rumänien und polen aus operieren usa geben zu ukraine schossen russisches flugzeug mit patriot raketen innerhalb von moskaus korridor ab ein offizier der us amerikanischen luftwaffe hat bestätigt dass die ukraine mit patriot a 50 raketen erwerks aufklärungsflugzeuge und anderen russischen club kampf flugzeugen innerhalb des russischen luftraums abgeschossen hat ein beispielloses eingeständnis dass einem casus belli gleich kommt ja eine kriegserklärung quasi fast gleichzeitig kündigt kiew an dass die f16 die es erhält auf luftwaffenstützpunkte in rumänien und polen verlegen werden sollen tja one news 24 7 bestätigt diese beiden entwicklungen die ukraine und die nato riskieren einen allgemeinen konflikt um die russische luftmacht zu besiegen damit die nato bodentruppen eindringen können schreiben sie hier wie der chef des luftwaffenkommandos der ukrainischen streitkräfte sergei gulopsov meine güte mitteilte sollen einige der von der ukraine erhaltenen us-kampfjets vom typ f16 auf luftwaffenstützpunkten außerhalb des landes stationär werden nach ansicht der russen bestätigt dieses eingeständnis die schlimmsten befürchtungen kiew wird kampfflugzeuge nach rumänien und polen verlegen und von dort aus gegen russische ziele vorgehen ja aus diesem grund sucht die ukraine nach einem legalen trick um f16 kampfflugzeuge ins ausland zu verlegen und und dort reparaturen wartungsarbeiten und schulungen durchzuführen das streitkräfte kommando der ukrainischen streitkräfte beabsichtigt einige f16 kampfflugzeuge außerhalb der ukraine einzusetzen um sie vor russischen raketen zu schützen diese flugzeuge werden als sogenannte reserve für reparatur oder ersatz arbeiten an defekten kampfflugzeugen dienen die verbleibenden kampfflugzeuge werden auf ukrainischem territorium stationiert und die flugplätze selbst werden durch flugabwehrsysteme westlicher bauart geschützt dazu benötigt kiew mindestens zwei patriot luftabwehrsysteme zwei nesems luftabwehrsysteme und mehrere gepard panzerabwehrkanonen zum schutz gegen kamikaze drohen ja diese gepards die kommen von der bundeswehr die wurden ja nach rumänien auch geliefert russische medien die sich auf kremlquellen berufen betonen dass moskau gezwungen sein wird eine reihe von schwierigen entscheidungen zu treffen ja die russen werden immer weiter in die enge getrieben ja noch wie gesagt hält das alles zurück noch ist der antichrist nicht offenbart aber er bringt schon alles in stellung f-16 kampfflugzeuge und ihre flugplätze außerhalb der ukraine werden ein legales ziel für die russischen streitkräfte werden erklärte andrei kartapolow leiter des verteidigungsausschusses der staats duma gegenüber ria novosti moskau hat die nato bereits vor dieser möglichkeit gewarnt wenn us-kampf flugzeuge von westlichen basen aus staaten und schäden an der militärischen und zivilen infrastruktur der russischen föderation verursachen und und zu ihren basen zurückkehren werden die flugzeuge und flughäfen legitime ziele für russische truppen sein sagte kartapolow ja das wäre dann natürlich ein eindringen ja in die nato gebiete und damit natürlich ein fall für artikel 5 der nato eben bei bei nach sag mal eben beistands ja fall dass dann eben verteidigt werden muss die nato provoziert das natürlich heraus aber schau mal wie es weitergeht ach ja und dann noch zuvor hatte die leiterin des niederländischen verteidigungsministeriums kaiser orongren oder wie sie heißt mitgeteilt dass ihr land der ukraine den einsatz von f-16 flugzeugen für angriffe auf russisches territorium gestattet die niederländische verteidigungsministerin die leiterin auch eine frau die niederlande planen der ukraine bis ende 2024 insgesamt 24 kampfflugzeuge zu liefern also auch dane ja wir hatten ja jetzt die wahlen und diesen rechtsruck da will ich eigentlich gar nicht so tief darauf eingehen aber auch hier sehen wir natürlich in italien hatten wir schon gesehen meloni oder wie sie heißt dass sie trotz obwohl sie sagt sie sei ganz anders ausgerichtet als die ursprünglichen kräfte des ewf und das naja ja aber auch da kommen auf einmal diese entscheidung doch für den krieg zu stimmen und das sehen wir jetzt hier in den niederlanden auch eben man kann wählen was man will ja so mal so warum man kann wählen was man will es diese politik geht weiter weil sie gemacht wird von oben ja und das ist nicht nur unbedingt eine kleine gruppe von leuten ja bestimmte ne hier klaus schwab und uno und ach was weiß ich bilderberger und was es da alles so für klippchen gibt sondern die werden gesteuert tatsächlich von satan ja wie auch immer ob das jetzt durch leute indirekt läuft oder direkt läuft durch gedanken ja aber letztendlich dahinter steht satan er ist satan ist fürst dieser welt ja lesen wir mal weiter das beispiellose eingestellt ist der usa dass die russische a 50 airwärts und andere flugzeuge innerhalb des russischen luftraums beschossen haben ist ebenfalls überraschend es handelt sich um den abschuss eines airwärts flugzeuges im januar diesen jahres im luftraum über kuban das im januar abgeschossene russische radar langstrecken überwachungs und kontrollflugzeug a 50 wurde von einer flugabwehr rakete des us verteidigungssystems patriot getroffen teilte die stellvertretende stabschefin der zehnten us-armee rosanna clemente mit noch mal da bilder finden ein umfangreicher text hier die oberstin der us-armee erläuterte in einem interview den einsatz von luftwehr abwehrsystemen die die amerikaner den ukrainern beigebracht haben hier zufolge werden die an kiew übergebenen patriot luftabwehrsysteme sowohl zum schutz bestimmter ziele als auch als roaming systeme entlang der front eingesetzt eines dieser systeme griff ein russisches airwärts flugzeug a 50 aus dem hinterhalt an clemente stellte fest dass die ukraine die patriots auf lastwagen montieren und in hinterhalte locken indem sie sie so nah wie möglich an die kontaktlinie heranbringen der oberste sagte der oberst sagt oder sagte dieser einsatz von us systemen sei einmalig die besatzung in den russischen a 50 die den russischen a 50 zerstörte achtung wurde in deutschland ausgebildet deutschland wird da immer wieder tiefer reingezogen ja und also offiziell hat deutschland ja über die letzten 100 jahre zwei weltkriege begonnen also offiziell ja und wahrscheinlich soll es hier das dritte mal so funktionieren clemente wies darauf hin dass us luftabwehrsysteme auch am abschuss anderer russischer flugzeuge wie su 34 su 35 und il 76 im himmel über den regionen belgorod und briansk beteiligt waren wir erinnern daran dass bei einem solchen einsatz der patriot luft abwehrsystems 65 insgesamt 65 ukrainische kriegsgefangene an bord des il 76 transporters getötet wurden also 65 ukrainische kriegsgefangene wurden bei einem beschuss dieses transporters eben getötet wenn das stimmt dann habe ich kein zweifel dass deutsche ausbilder direkt an der vorbereitung dieses angriffs beteiligt waren oder amerikaner spielt keine rolle ein weiterer beweis für die verwicklung des kollektiven westens in den krieg gegen uns betonte der russische militärkorrespondent alexander kurz also hier sehen wir auch dass den russen ganz klar ist dass hier sehr stark deutschland auch betroffen ist und dazu passt auch hier ein artikel in der bild zeitung kürzlich ja nahrungbunker kampfpflicht regierung gibt neuen plan für den kriegsfall raus was alle deutschen tun müssen wenn russland angreift ja die bundesregierung hat einen plan für den kriegsfall vorgestellt der plan sieht folgendes vor rückkehr des obligatorischen wehrendienstes für junge männer erwachsene können verpflichtet werden in bestimmten berufen zu arbeiten wie im bereich der patientenpflege bei der post in bäckereien und so weiter unmöglichkeit der auflösung des bundestages stehen ja wahlen an da machen wir es so wie in der ukraine dass er selensky hat ja auch alle wahlen abgesagt und ja ist quasi jetzt per dekret diktator das sind die werte des westens die wir da verteidigen ja verlegung der nato und bundeswehrtruppen an die ostflanke ich hätte das also vor fünf jahren acht nicht mehr vor zwei jahren für unmöglich gehalten aber gut mögliche verpflichtung von unternehmen nur noch güter für verteidigungswecke zu produzieren krankenhäuser müssen auf einen plötzlichen zustrom einer großen zahl von patienten über einen längeren zeitraum hinweg vorbereitet sein ja herzlichen glückwunsch man liest das alles hier so vor diese nachrichten ja und aus weltlicher sicht sind das natürlich alles furchtbare und schlechte nachrichten ja und hätte ich den herrn nicht und hätten wir den herrn nicht ja dann würden wir echt verzweifeln ja wir würden in ohnmacht fallen wie es ja in der bibel steht ja ja in lukas 21 glaube ich dass die dass die reden völker in ohnmacht fallen vor dem was da kommt ja viele menschen wissen auch die ohne gott unterwegs sind ohne jesus dass da etwas großes kommen wird ja und das ist nur der anfang oje also wie gesagt ich muss das hier vorlesen diese nachrichten als watchman ja ich bin ja kein prediger sondern ich bin ja einfach nur ein watchman ich möchte ja euch warnen auch alle vor allen dingen natürlich alle ungläubigen schaut mal was hier alles passiert und ihr könnt es nicht aufhalten es geht weiter ja ihr könnt das nicht aufhalten die nato hat einen plan für eine seeblockade russlands in der ostsee ausgearbeitet einsatz von taifun die nato hat 50 kriegsschiffe in der ostsee mobilisiert und das taifun system mit sm6 und tomahawk marschflugkörpern gegen die russische ostsee flotte kaliningrad und die nordsee flotte eingesetzt ich weiß nicht haben wir hier eine karte und kaliningrad leider nicht doch hier kaliningrad genau bornholm das kommen wir gleich noch zu das antrampische bündnis ist dabei die vorbereitung für einen allgemeinen konflikt mit russland im zweiten operationsgebiet dem baltikum einzuschließen also wir haben hier diese flanke und wir haben dann die flanke weiter südlich eben die ukraine wo will man russen da in die zwickmühle bringen in den vergangenen wochen in der vergangenen woche wurde die größte landübung der natu set fast defender 2024 abgeschlossen bei der truppen des bündnisses durch landkorridore nach osten verlegt wurden die militärischen vorbereitungen in europa sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen den russen zufolge sind nach abschluss der übungen steadfort defender 2024 einige waffen und militärische ausrüstung der nato in den in diesen gebieten verblieben also manche haben ja schon befürchtet dass dieses gar keine übung ist so dass man da reingeht und wieder raus geht nein dass es dazu dient eben schon truppen zu stationieren also auch diese verschwörungstheorie ist wahr geworden also diese dinge sind verblieben dort in denen die gefechtskoordination stattfand so verstärkten insbesondere panzereinheiten der bundeswehr auf dem gebiet litauens die an der russisch weißrussischen grenze stationierten einheiten wisst ihr bescheid ne es handelt sich um die größte übung die jemals in der ostsee stattgefunden hat so die litauischen streitkräfte zum ersten mal seit ihrem nato beitritt werden schwedische seeleute aha ihr also sind ja auch dabei an den übungen teilnehmen während der übungen werden sie amphibische operationen u-boot bekämpfung luftabwehr minensuche und räumung sowie drohnen und usv einsätze üben militärischen militär experten zu russischen russischen militär experten zufolge bereitet sich die nato auf eine blockade der ostsee vor ja falls es zu einem direkten konflikt mit der russischen föderation kommen sollte man muss kein brillanter general sein um den zweck der übung zu verstehen vor allem wenn man bedenkt dass bei ähnlichen übungen in den vergangenen jahren laut dem journal journalisten simon hirsch sprengsätze in den russischen nordstream gas pipelines platziert wurden genau die mitglieder des nordatlantik bündnisses verkünden zunehmend die notwendigkeit die ostsee für russische kriegsschiffe zu sperren aha was faktisch eine kriegserklärung an die russische föderation bedeuten würde unfassbar nach internationalem recht wäre eine militärische blockade der ostsee wie sie der lettische staatschef forderte eine kriegserklärung an russland die usa haben auf der dänischen insel bornholm das raketensystem typhoon stationiert das auch als midrange capability bezeichnet wird und tomahawk marschflurkörper und sm6 mehrzweckraketen abfeuern kann mit diesem system können sehziele in einer entfernung von bis zu 400 km kilometer getroffen werden genau schauen wir nochmal die karte bornholm da war ja auch dass der bekannte unfall unfall mit der north stream pipeline also man will hier gesagt hier dieses ja das ganze baltikum die ostsee quasi abriegeln hier für die russ unfassbar naja die schweden sind ja hinzugetreten zur nato auch gut die anwesenheit von tomahawk marschflugkörpern mit einer reiche von 2400 km auf dem taifun komplex stellt eine bedrohung für die zerstörung von seestreitkräften und einrichtungen in unseren basisgebieten da also scheint jetzt wohl doch 2400 kilometer zu sein nicht nur 400 kilometer ja in anbetracht des beitritts finnlands und schweden zur nato wird diese bedrohung für die baltische und die nördliche flotte noch zunehmend sagte äh kazatonow ok wisst ihr bescheid hier ne die ostfront heißt jetzt ostblanke hier sind ein paar bilder auch hier sehen wir das auch nochmal diese übungen hier und alles ja aber das ist nicht das einzige es geht weiter russland kündigt ultimatum des un sicherheitsrates an die nato an frankreich indessen spricht von der stationierung von atomraketen in libyen kuba und venezuela mit dem ziel florida also nicht dass die franzosen das machen sondern die franzosen sagen eben die russen wollen das eben dort stationieren in libyen in kuba und venezuela manchmal etwas komisch übersetzt hier ne also aber dürfte klar sein so was haben wir denn hier für ein ultimatum russland beruft am 14 juni den us den un sicherheitsrat ein um den nato mitgliedsstaaten ein ultimatum zu stellen und die konsequenzen eines einsatzes westlicher waffen gegen ziele auf dem russischen festland für die nato staaten anzukündigen kündigen der 14 juni ist übrigens ein interessanter tag das ist nämlich ein tag nach dem shavuot nach dem pentecost nach dem tatsächlichen pfingsten ja am 12 und 13 juni feiern die juden eben shavuot den das wochenfest pentecost auch genannt was wir eigentlich tatsächlich als pfingsten hätten ja in diesem jahr ist alles etwas durcheinander weil wir uns da immer am vollmond orientiert haben ist das etwas verrückt aber das tatsächliche pfingsten wäre tatsächlich jetzt am 12 13 juni ja und am 14 einen tag danach tagt dann eben der un sicherheitsrat und russland wird dann ein ultimatum einbringen lesen wir weiter vor kurzem hat der russische präsident wladimir putin bekräftigt dass moskau sich das recht vorbehält an länder die feinde des westens sind waffen zu liefern das war das thema auch meiner letzten sendung dazu russland behält sich das recht vor als reaktion auf die waffenlieferung an die ukraine langstrecken waffen an bestimmte länder zu liefern sagte wladimir putin auf der plenarsitzung des internationalen wirtschaftsfonds in st petersburg ja und wenn dort langstrecken raketen zum beispiel in libyen stationiert würden könnte man damit natürlich europa erreichen allerdings natürlich auch israel wenn sich dann später mal gok magok wendet weg wendet und sich dann israel zu wendet gut put ihr wisst ja libyen ist put moskau behält sich das recht vor langstrecken waffen nicht nur an bestimmte länder zu liefern sondern auch an strukturen organisationen die von den ländern der westlichen koalition unter führung der usa unter druck gesetzt werden moskau behält sich das recht vor langstrecken waffen nicht nur achso das ist hier zweimal übersetzt egal nachdem beiden der ukraine die erlaubnis erteilt hat us langstrecken waffen auf russischem territorium einzusetzen sagt putin er könne auch langstrecken waffen an die feinde des westens liefern die äußerung wladimir putins über den export von atomwaffen die mit der auslieferung des atomgetriebenen u-boots der jasen m klasse und anderer krisische schiffe an kuba zusammenfallen haben in den usa und frankreich große besorgnis ausgelöst einmal wegen libyen und dann eben wegen kuba aber hier geht es noch weiter wir exportieren noch keine atomwaffen aber wir haben das recht dies zu tun antwortete putin was die vereinigten staaten betrifft so könnte so könnten sie die raketenkrise auf kuba von 1962 wiederholen müssen so die franzosen die damit die entwicklung von atomwaffen auf der insel andeuten in lateinamerika könnte sich russland auf venezuela verlassen inzwischen zwischen den beiden ländern bestehe eine aktive militärische zusammenarbeit wie die entsendung von zwei strategischen tu-160 bombern nach caracas im jahre 2019 zeigt außerdem könnte auf der halbinsel paraguana raketen stationiert sein deren reichweite ausreicht um florida usa zu bedrohen ja ihr seht äh es geht rund aber es wird noch zurückgehalten noch wird es zurückgehalten aber es wird alles in stellung gebracht dann gehen wir mal hier bei halterna radio show haben wir auch noch meldungen und zwar hier 32 neue ukrainische soldaten überqueren die ungarische grenze um der kriegsmobilisierung zu entgehen schauen wir mal hier gestern überquerte ein ukrainischer GAZ oder GAZ 66 Lastwagen mit Militärkennzeichen illegal die Grenze nach Ungarn aus der Region Transkarpathien in der Ukraine lokale Grenzschutzbeamte fanden den Lastwagen und nahmen 32 ukrainische Staatsbürger fest es stellte sich heraus dass der Lastwagen mit neuen Rekruten der ukrainischen Armee gefüllt war Männern die in der Ukraine auf der Straße gefangen genommen drei Tage lang festgehalten in Uniform gegeben und zum sterben an die Front geschickt werden worden waren oder werden sollten die Männer fuhren mit einem Militärlastwagen über ein Feld in Transkarpathien reisten nach Ungarn ein und stellten sich in Ungarn der Polizei die ungarische Regierung hat den Männern Asyl gewährt ja Helltörner gibt hier noch seine seine Groschen dazu der Sklavenstaat Ukraine ist der schlimmste Ort der Welt an dem es überhaupt keine Menschenrechte gibt diese Menschen werden von Sklavenfängern der Armee gejagt und zur Ausrottung an die Front geschickt der schlimmste Feind des Durchschnitts Ukrainas sind die Kriegsverbrecher in Kiew und die Kriegsverbrecher der NATO die deren Versklavung und Vernichtung finanzieren und ermöglichen und gleichzeitig so tun als sei die Ukraine eine Freie Demokratie und nicht die einzige Ursache des anhaltenden Konflikts sagt Harold Turner dazu stellen sie sich vor wie die USA sein werden wenn Biden die Wehrpflicht für den dritten Weltkrieg gegen Russland China anordnet es werden einige verrückte Dinge passieren denn ich kann das Chaos kaum erwarten jemand sollte einen Film über Flucht aus der Ukraine als Vorsetzung von Flucht aus L.A. aus den 90er Jahren drehen ich würde ihn mir ansehen ja das ist ja ja okay ja ich lese hier einfach nur die Nachrichten tut mir leid Leute aber es geht ja einfach darum euch zu zeigen wie weit wir schon fortgeschritten sind dass das wie gesagt bald die Entrückung kommt und dann die Drangsal die schlimmste Zeit die die Menschheit jemals erlebt hat diese sieben Jahre dann anbrechen werden für die die auf der Erde zurückbleiben also Jesus nicht angenommen haben Gott nicht angenommen haben hier heißt es dann weiter es ist offiziell Russland ist bereit NATO Flugplätze anzugreifen auf denen ukrainische Jets stationiert sind das hatten wir ja gerade schon aber hier nochmal detaillierter der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma Andrey Katapolov warnte dass F-16 Kampfflugzeuge und die Flugplätze auf denen sie stationiert sind legitime Ziele für das russische Militär seien sollten sie an Kampfeinsätzen gegen Moskauer Streitkräfte teilnehmen diese Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt da sich Kiew auf die erste Lieferung amerikanischer Kampfjets durch seine westlichen Unterstützer vorbereitet nachdem ukrainische Piloten im Fliegen dieser Flugzeuge ausgebildet wurden tatsächlich oder werden es dann sogar NATO Piloten sein einfach in eine andere Uniform gesteckt in eine ukrainische alles möglich halte ich für sehr sehr wahrscheinlich in einer am Montag veröffentlichten Erklärung gegenüber Ria Novosti stellte Katapolov klar dass Russland keine Ansprüche gegen seine ehemaligen Partner habe und diese auch nicht ins Visier nehmen werde wenn die F-16 nicht für ihren vorgesehenen Zweck eingesetzt oder lediglich auf ausländischen Luftwaffenstützpunkten eingeleiert würde um sie in die Ukraine zu bringen wo sie ausgerüstet gewartet und von ukrainischen Flugplätzen ausgeflogen wurden ja und so weiter und so fort hier haben wir nochmal was unterdessen hat auch der russische Außenminister Sergej Lavrov gewarnt dass Moskau die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen an die Ukraine als nukleare Bedrohung empfinden würden da die Jets seit langem im Rahmen der der gemeinsamen Nuklearkommission Nuklearmission des von den USA geführten Blocks eingesetzt werden auch da so Florida hatten wir ja schon erwähnt hier haben wir russische Marine Gruppe vor der Küste von Melbourne Florida also nicht Melbourne in Australien das gibt es auch hier hier in Florida genau hier haben wir das russische Marine Gruppe vor der Küste von Melbourne Florida die russische Marine verfügt über eine Gruppe von Kriegsschiffen vor der Ostküste Floridas zwischen Melbourne und Vero Beach hier ist die Schiffsverfolgungskarte eigentlich eines der beteiligten Schiffe ist ein russisches Atom-U-Boot mhm dieses U-Boot wird von einem U-Boot Jäger des Typs P-8 Poseidon der US Navy verfolgt also von diesem hier das sehen wir hier das war sie hier sehen wir dieses Flugzeug ok während diese Schiffe der russischen Marine vor Florida rumhängen kommt die Fregatte der russischen Marine Admiral Gorshkov die in der Lage ist Zirkon Hyperschallraketen zu transportieren in Havanna an achso das ist hier in Havanna also auf Kuba Bemerkung von Hal Törner damit sie alle verstehen was hier passiert machen die Vereinigten Staaten und unsere NATO wasalen Russland in den Krieg immer mehr Ärger jetzt zeigen uns Russland dass es uns Ärger machen kann ja hier innerhalb der Vereinigten Staaten während das was wir in der Ukraine tun den täglichen Tod russischer Soldaten verursacht hat sich Russland noch nicht dazu entschlossen unserem Volk den Tod zu bringen beachten sie dass ich noch gesagt habe ja 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 ok mhm Überschallraketen Zirkon dieses Schiff hier ja damit bedroht man natürlich dann auch schon ja das US Festland beziehungsweise äh Florida sehr interessant und dann hat er Hal Törner Radio Show noch äh eine Meldung gehabt und zwar unheimlich schreibt er hier fünf meiner nationalen Sicherheitsquellen in Washington DC sind verschwunden das ist alle ein allerdings ein äh ein Artikel hinter der Paywall euch leider nicht bringen ok soweit so gut oder so schlecht ne lest nochmal hier Jesaja 26 sehr interessant ähm dann habe ich noch dann habe ich noch von von telegram mal eben gucken und zwar Ernst Wolf berichtet hier auf x twitter folgendes das Katars Zentralbank hat die Entwicklung ihrer CBDC abgeschlossen das grenzüberschreitende CBDC Projekt der Zentralbanken Thailands der Vereinigten Emirate Chinas und Hongkongs ist funktionsfähig die Vorbereitung des neuen Geldsystem laufen weltweit auf Hochtouren richtig erkannt Ernst Wolf ja auch für dich wäre es Zeit jetzt zu erkennen dass du das nicht aufhalten kannst ja das ist nämlich hier die Vorbereitung aufs Mahlzeichen dass du nicht kaufen und verkaufen kannst ja wenn du nicht den Antichristen anbetest und sein Mahlzeichen annimmst ja hier noch eine andere Sache und zwar Alex Jones hat hier wohl musste wohl sein seine Firma verkaufen Infowars das habe ich früher von Beginn an immer geschaut hab das ja schon knappe 18 Jahre 20 Jahre ja auch war ich ja auch Verschwörungstheoretiker wenn das alles angeschaut ja Infowars musste er jetzt verkaufen er wurde ja verurteilt Alex Jones den Opfern von Sandy Hook hier den Familien 1,5 Milliarden Dollar zu zahlen 1,5 Milliarden Dollar ja gut ja auch in Israel da geht es auch weiter das wäre eigentlich eine eigene Sendung wert aber ich nenne das jetzt hier mal schauen wir mal wie sich das weiterentwickelt äh die Hisbollah greift weiter an äh vom Libanon her also ne da haben wir diese Nordfront Israels also wir hatten ja den Gazastreifen die Südfront mit der Hamas aber jetzt kommt halt verstärkt eben die Hisbollah aus dem Libanon die ja direkt unterstützt wird vom Iran ne vom Persien ja die attackieren jetzt sogar auch den größten Hafen und den wichtigsten Hafen Israels nämlich Haifa äh ja also auch da werden sich die Israelis wehren müssen sie müssen also wirklich da den Krieg denke ich mal beginnen im Libanon gegen die Hisbollah hier sehen wir mal Bilder ein Schiff also ein kommerzielles Schiff ja brennt hier also ein Handelsschiff wurde in Brand geschossen ja hier haben wir das nochmal aus Florida das hatten wir schon dann haben wir hier die Natur spielt verrückt auch ja auch da zeigt uns Gott ne schaut mal was alles kommen wird ja sind flutartige Überschwemmungen in der Region Region Murcia in Spanien da war ich schon mal das kenne ich eigentlich eine sehr heiße Gegend ja Costa Calida heiße heiße Küste ja aber hier massive Überschwemmungen und Hagel offensichtlich hier alles weiß in der Region Murcia in Spanien auch in Brasilien äh haben wir hier Tornados ja wir sehen also auch hier geht's weiter okay Leute das waren die Nachrichten die Endzeit Nachrichten für heute äh ihr seht es äh beschleunigt sich überall an allen Ecken und Kanten der Welt wer noch nicht zu Jesus gekommen ist sollte das jetzt schleunigst tun ja die Entrückung steht an die Drangsal steht an das Gericht wird über die Erde kommen beginnt mit der Bibel sie zu lesen übergebt euer Leben Jesus Christus erkennt dass ihr Sünder seid vor Gott nicht standhalten könnt ja aber Gott kam selber in Form seines Sohnes und hat sich dahin gegeben für uns er hat die Strafe auf sich genommen für uns damit wir ewig leben und wenn wir daran glauben sind wir eben durch sind wir gerettet und ja wir werden entrückt ich wünsche euch wie immer alles Gute den Frieden des Herrn Shalom und wie immer Maranatha schreien schreien sie schreien zu Untertitelung des ZDF, 2020